Es wird bald eine neue Möglichkeit geben, für Omi-Token Rewards zu bekommen. Was das sein wird, schauen wir uns auf jeden Fall an. Außerdem schauen wir uns im D-Zuge an, auch wie sich der Omi-Token entwickelt hat und auch entwickeln wird wahrscheinlich. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die Leute an, die in den letzten zwei Tagen hier schon Vibi-Collectables gewonnen haben. Und wir schauen uns auf jeden Fall den nächsten, noch kommenden Drop an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Käpt'n, dein Vibi OG mit den wichtigsten Vibi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall wieder mit einer Menge, Menge guten Stuff mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und starten würde ich auf jeden Fall mit dem wichtigsten Part, und zwar nämlich dem Omi-Rewards. Und zwar gibt es jetzt hier nämlich auch bald ein weiteres Tool, beziehungsweise einen weiteren Benefit für den Token. Und zwar werden nämlich die MCP-Tickets, beziehungsweise die Bronze-Tickets eingeführt. Aber das Ganze hat auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, bis das Ganze hier wirklich losgeht. Schauen wir uns den ganzen Artikel aber mal an, how does it work? Im Prinzip müsst ihr Omi-Token in die Web-Wallet schieben. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Seid da auf jeden Fall bitte vorsichtig, ihr könnt keine Tokens von Layer 1, das heißt Exchanges oder auch dem Ledger beispielsweise, nicht direkt auf die Vibi-App schicken. Dazu müsst ihr über eine Bridge gehen. Dazu habe ich aber wie gesagt ein Video gemacht, werde ich euch auch unten verlinken für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall das Ganze mal hier an. Das Ganze beginnt am 1. Januar 2024 und geht bis zum 31. März 2024. Dort werden dann sozusagen die Leute, die da oben Token gestaked haben, Bronze-Tickets bekommen. Und diese sind tatsächlich auch sehr interessant, denn diese werden auch in Zukunft tatsächlich sehr relevant werden und sind keine normalen Bronze-Tickets. Da sie tatsächlich auch zu einer gewissen Sache auf jeden Fall benutzt werden können. Ansonsten wird es so sein, dass es natürlich danach weiter diese Tickets geben wird. Aber wie gesagt, dieser Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März wird im Prinzip mit ganz bestimmten MCP-Tickets hier versehen werden. Ansonsten könnt ihr insgesamt 10 Millionen Omi-Token sozusagen staken. Das ist das Maximum, was ihr staken könnt. Minimum gibt es an dieser Stelle tatsächlich nichts. Jetzt natürlich die Frage, was kann ich denn eigentlich überhaupt mit diesen Bronze-Tickets machen? Im Prinzip kommen hier zwei Sachen mit rein. Und zwar nämlich einmal Crafting. Bronze-Tickets earned from rewards. Season 1 will have an opportunity to redeem an exclusive Crafting-Event. Das heißt, ihr könnt im Prinzip mit diesen Tickets vom ersten Quartal dann das Ganze auch wirklich für etwas ganz Exklusives zum Craft nutzen. Was das sein wird, I don't know, keine Ahnung. Außerdem können natürlich Bronze-Tickets dafür benutzt werden, um für einige Features dann auch später diese einzulösen. Darunter könnte es zum Beispiel auffallen, dass man am Drop eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, hier dann auch diesen Drop zu bekommen. Momentan ist das Ganze natürlich nicht so ganz wichtig. Deswegen ist das wahrscheinlich eher ein Feature, was dann auch wichtig wird für den nächsten Bullenmarkt. Ja, und schauen wir uns mal an, was hat das mit dem Preis gemacht? Das ist jetzt keine super krasse Info. Es ist natürlich schön zu sehen, es geht voran. Aber man sieht jetzt auch hier der Preis. Ja, mit 3,6% gerade im Plus hat sich jetzt nicht krass bewegt. Und wenn man sich das Ganze jetzt hier auch nochmal auf dem Chart anschaut, dann seht ihr jetzt auch. Ja, wir hatten hier eine gute Kerze nach oben, aber das Ganze hat sich einfach nicht gehalten. Und jetzt sind wir hier nochmal dann abverkauft worden und hängen jetzt hier gerade über dieser sehr wichtigen Resistance, die wir von unten hatten, jetzt als Support nutzen. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass wir hier auf jeden Fall dann weiter nach oben gehen von hier aus. Das Ganze ist aber natürlich nur reine Spekulation. Ich kann das auch nicht wissen. Das ist meine Vermutung, dass wenn er sich jetzt hier drüber halten wird, dass wir dann auch in den kommenden Wochen auf jeden Fall hier einen Push nach oben sehen. Wir haben es jetzt hier gesehen. Erst wurden wir abgelehnt, dann hat er es doch rüber geschafft und jetzt hält er sich eigentlich ganz wacker hier drüber. Man muss aber auch dazu sagen, insgesamt der Kryptomarkt ist natürlich gestiegen. Dementsprechend beeinflusst das natürlich Omi ein bisschen schon. Erst recht mit so einer News. Aber ich persönlich hatte ehrlich gesagt mit mehr Schub nach oben gerechnet mit diesem Artikel. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine schöne Entwicklung und es ist zu sehen, es geht auf jeden Fall hier in die richtige Richtung. Und ich denke, ab 2024 werden wir hier auch deutlich mehr Utility für den Token sehen. Einfach aufgrund dessen, weil hier anscheinend irgendeine regulatorische Frist oder eine Frist irgendwie abläuft, dann jetzt Ende des Jahres, dass sie dann eventuell auch mehr bringen können. Kommen wir zum letzten Collector Talk des Jahres. Und der findet heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit statt. Natürlich wie immer mit Chris und auch Instinct. Deswegen kommt er auf jeden Fall sehr, sehr gerne vorbei. Wir werden auf jeden Fall wieder einen sehr, sehr nice Talk haben und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Kommen wir zu den Gewinnern von 12 Days of Vivi. Es gibt ja insgesamt jetzt hier 12 Tage Gewinner mit insgesamt 120 Preisen. Und wir schauen uns jetzt mal ganz kurz hier die ersten Gewinner an. Es ist auch wirklich krass, was hier teilweise für Gewinne mit dabei sind. Wir haben zum Beispiel einmal einen C3PO Secret Rare, der ungefähr 600 Dollar momentan wert ist. Also auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich guter Stuff auch hier. Falls ihr euch hier seht, dann bekommt ihr das Collectible dann in den kommenden Tagen geairdroppt. Ansonsten wird es hier auf jeden Fall noch eine zweite Seite geben. Hier sieht man auch wieder einige sehr, sehr gute Gewinne. Beispielsweise Giant Size X-Men, Hashtag 1, eine Ultra Rare. Sehr, sehr stark. Ja, das auf jeden Fall dazu. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, wie hier die Preise auch rausgegeben und was für Preise auch rausgegeben werden. Aber auf jeden Fall eine schöne Sache, meiner Meinung nach. Kommen wir jetzt zum nächsten Drop und der wird mich heute stattfinden um 17 Uhr deutscher Zeit. Und zwar nämlich der 007 Drop hier insgesamt mit drei Collectibles. Ihr seht es jetzt hier auch gerade schon im Hintergrund, diese Collectibles, die hier einmal aufgehen. Und ja, insgesamt für mich persönlich auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Nichtsdestotrotz natürlich aber ein interessanter Drop für den einen oder anderen 007-Fan. Aber wie gesagt, für mich ist das Ganze definitiv ein Skip. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen wunderschönen Morgen, Mittagelabend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.